Hallo und herzlich willkommen zurück bei Timeshift mit dem kleinen Träusper. Wir sind ja doch schon draußen bei der Station endlich weitergekommen in der letzten Folge. Ja, ich hab jetzt ein bisschen laut hier auf dem Kopf. Hör einen Moment. So. Dann schauen wir mal. Da hinten haben wir Gegner. Ich hab mir Schulfrind ausgewechselt, damit werde ich nicht weit kommen. Was war das? Ich denke, da war ein Maschinengewehr. Ein stationäres. So, die falsche Waffe. Sehr schön. Ich hab nicht gedacht, dass das so funktioniert. Tja, ich schieße nicht, aber trotzdem. Ich hab nicht gedacht. Muss ich da überhaupt rein? Ich hab keine Ahnung. Meine Anzeige zeigt eigentlich woanders hin. Ist ja jetzt hier im Gebäude, das heißt Wechsel auf Schrotflinte würde ich sagen. Hm-hm. Hm-hm. Ich hoffe, er nur gut ist. Äh, äh. Bitte, was? Wo muss ich denn hin? Evade? Oh, ich sehe, da hinten hätte ich rein sollen, glaube ich. Okay. Ach du meine Güte. Ich brauche noch wohl. Ah, geh. Ich verstecke mich mal da so unschöniert an der Stiege. Ich aktiviere dich. B. Ist der Rückwärtsgeher? Zack. Okay. Okay, ich... Ich habe eigentlich keine Ahnung, was es hier in diesem Spiel geht. Null Ahnung. Ich würde schon mal meine eigenen auf mich schießen. Oh mein Gott. War klar. Ich dachte, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich dachte echt, ich habe ihn. Okay. Okay, wir gehen in... ... und go. So. Jetzt räumen wir hier mal auf. Was muss ich da rein? Muss ich da rein? Aua. Muss ich hier rein? Anscheinend... ... und rechnen, ich habe ihn zu sein. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Entschuldigung. Ich habe ihn nicht. Wo muss ich hin? Boah. Fallteifer. Das Spiel hat es in sich. Ganz schön knallnackig. Okay. 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 Ich hätte echt gerne so irgendwas farbschützemäßiges. Was? 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 Nicht jetzt. Ach Gott. Frustierend ist das Spiel allemal. Was? Was? Was zum Teufel? Wieso? Was ist dieser Sack, der auf mich geschossen hat? Was? 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 Das Spiel ist nur dazu konzipiert, damit man sich aufregt. Was? Oh Gott. Aktiviert. Aktiviert. Was? Weitere Leute. Was? Das Spiel hat. Wat? Was? 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 Wie ist das? Kann man schon atümen? Ganz genau. Ich schaue schnell nur nach. Cool. Ich schaue schnell. Ich schaue schnell. Hm. Warten, warten, warten. FIRE! Was ist das? Die Werfe braucht zielgenaukanal, ne? Oh mein Gott, ich hab schon gedacht, was kein Leben. Man. Oh mein Gott. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich, ich, nein. So toll ist die KI nicht. Leck mich. Ich, nein. Trotzdem. Sonst spreche ich mir mal hier. Sack. So gut können die dich treffen. Das ist richtig wütend. Mach dir die richtige Wahl. Und mach es so. Hier. Oh. Oh. Sehr schön. Wir haben ein Level geschafft. Keine Ahnung, wieviel das jetzt eigentlich war oder ist. Oder wie auch immer. Aber das heißt, das ist ein perfekter Zeitpunkt um die Folge zu beenden. Machen wir uns hoffen, dass es nicht so weitergeht. New Objective. Proceed to upper floors to locate where it is. Ich hab mir auch an, ich muss jetzt da drauf drücken. Ja. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.